Mal gucken, ob ich jetzt wieder fahren kann. Vor allem keiner sagt, wir sollen starten. Oh, was war das? Sieht doch gut aus. Ihr müsst eigentlich immer auf den mit diesem gelben Rand schießen. Eigentlich immer auf den mit dieser gelben Nummer, oder? Ja, wenn du keine Punkte willst, kannst du auch auf den schießen, Frash. Wie du willst. Was, was hat mich denn jetzt hochgejagt? Ich wollte eigentlich Nummer 4 abschießen und schießt auch den Nummer 7 ab. Nee, du hast mich abgeschossen. Wie er mir das wegschnappt, Altier. Au. Ach so, dann kommt er so. Nein. Du hast Glück gehabt. Nein, ich gewinne. Ja, ich dachte, ich drifte noch ab. Die Autos. Voll die Terroristen sind hier. Ach, ihr mit euren Schutzschildern hört auf mit der Scheiße. Wieso? Macht das auch nicht. Kämpfen müsst ihr hier. Ich mach das auch nicht. Ach, wir müssen mal eine Modifikation Pinball anmachen, das ist geil. Nein. Was ist denn das? Pinball und Rammen? Nee, dann hat man richtig Ram-Power quasi. Nein, das machen wir nicht. Doch, das ist cool. Wer auf dem ersten Platz ist leuchtig. Und jeder auf dem ersten Platz bekommt die Kills, die die dahinter machen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Alter! Boah! Aber noch erwischt am Ende. Geht schon noch random sind wir in den Kanal? Ach, fuck. Wie geht's? Huiii, ich hab auf dem Dach gelegen. Da schieße ich Nummer 4 gut ab eigentlich. Yes! Boah, ihr Schweine. Genau da hab ich jetzt nicht, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Boah, ich dachte Lebensmittel müssen sie nicht unterstützen. Irgendwann fährst du wieder nicht? Eifchen. Eifchen. Ah, der macht sich grad nen Teller Suppe oder so. Oh, da soll ich rechts los. Wer war das? Wer hat mich abgeschossen? Digga. Digga. Digga war's. Huiii, den Jump da find ich immer ziemlich cool. Ja, das Problem ist, wenn man zu hoch springt, ist man raus. Da kommt der. Oh. Oh. Ey, hopp. Ey, hopp. Nein. Ja, geil. Ja, dann wär ab doch nicht hoch. Ja, geil. Oh. Ja. Sau Hero ey. Aber trotzdem hab ich noch gewonnen. Trotzdem hast du noch gewonnen. Ja, weil ich mehr Punkte gemacht hab. Das steht doch immer am Ende vom Match. Ist ja egal. Habt ihr noch Punkte oder nicht? Ja, ich hatte ja mehr Punkte. Ja. Ja. Oh nein. Nein. Ich hab nur Mienen. Schneckball hat. Fahr runter. Wow. Nein, nicht auf eifern Schneckball. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Hinter ihm bleiben. Auch anhalten. Warten, dass wir die Rakete abfallen. Oder das Schutzschild benutzen. Was? Bin ich weg? Ja, ich hab dich abgeschossen. Ja. Oh, hier ist doch alles voll mitmieden. Wen baller ich denn jetzt mal ab hier? Ja, nicht eifern. Turca natürlich. Ja, wie immer. Ja, das ist doch eine Frage. Nein! Ja! Tück ist doch aus! Alter! Oh! Geht mir langsam auf den Sack hier. Ich bin jetzt gleich ganz oder gar nicht. Ja, leichte Fände. Noch dreien Stunden werde ich jeden Tag raus. Oh, leck. Die fängt da schon an zu rangen. Das war ein Fresh-Fry-Slack. Fresh bist du die 66 Euro, ne? Nein. Gingo, bist du die Nummer 1, ne? Ja. Dann frisst du nämlich gleich mal ne Rakete, würd ich sagen, ne? Ich steuere immer dagegen. Ich steuere immer dagegen. Ich steuere immer dagegen. Ja, dann! Ach, da kann man auch durchfahren. Habe ich gewonnen oder nicht? Wir haben beide irgendwie Punkte bekommen. Tad! Echt? Warum? Jedes Mal drängt ihr sich hier ab, ey. Wieso wer zielt denn? Geht mit dem Fadenkreuz um mich. Ich bin eh die schlechteste hier Penner, Mann. Du hast mich rausgehauen. Das gibt es auch. Ich hab dich nicht rausgehauen. Weißt du, Viro? Ich steuer die ganze Zeit gegen dich, wenn alle anderen auf dich zielen. Auf die 66! Nein! Ja, ist so! Gewinner! Ich war zu nah an ihm dran! Ich wollte auf jeden Fall fresh abwischen. Ja, genau! Was war das? Ja, ist auch fresh. Muss man das noch zünden, die Rakete? Jaja, mit X, also mit dem Abschussknopf. Steuerung, glaub ich, bei dir. Wenn das weiß ist. Ich kann noch fahren! Iiii! Aquaplaning! Ja! Ja! Und? Wer rammt denn mich? Torki! Ich bin ganz faul! Entschuldigung! Da fängt er sich erst mal eine Rakete ein. Ich kann nicht... Boah! Ciao! Das ist aber ganz schön heiß hier. Ey, du Wichser! Immer dieses Kack-Fass hier angekriege. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh, gute Runde für I4! Ich bin zweiter gerade! Was ist denn da noch? Tabila! Wiii! Boah! Bleck mal wohin! Das war ein Jump! Ach sooo! Wer rammt in Stark? I4! Ich nicht! Doch! Du bist Nummer 7! Ohhhhh! Ohhhhh! Wir müssen den Fösch eigentlich abknallen, ne? Warum nicht? Saad! Ja, ich bin Saad, du Spacko! Deswegen ja! Ey! Wer stellt denn sich jetzt den Weg? Nummer 6! Wer ist denn was? Nein! Komm komm komm! Boah! Ja jetzt hat die Wurzung. Toki komm nochmal! Toki komm nochmal! Oh nein nicht zu Toki! Ich wollt gegensteuern aber es... Alle auf die 66! Was hast du auch... Was hast du auch mir zu verstanden? Geil alle fangen grad aus mit dem Fass. Endlich hat's sich mal gelohnt. Macht Fehler Leute! Macht Fehler! Ich brenn schon! Was soll ich noch machen? Oh das wird aber hier hinten ganz schön eng! Stay fresh! Come on! Nein ins Wasser! Nein! Nein! Ja! Da wollt ihr da jemand gegensteuern auf Toki? Ja ich weiß auch wer es war! Fängt mit Schneck an und hört mit Ball auf! Hm. Irgendwer... Das ist der Dank dafür, dass ich hier noch 3 Sekunden jedes Mal rausfliege! Und du brauchst mich mehr nicht fahren! Und das bin jedes Mal ich! Genau! Mir scheiß egal, aber du hast mich genervt deswegen bist du jetzt dran! Digga macht's! Ja! Das macht's nicht besser! Und? Alle hoch! The French Leute! Lenk dagegen! Nein! Sauber! Oh 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 oh! Irgendwer zieht die ganze Zeit einfach nur runter! Irgendwer lenkt einfach immer der Grieber! Oh Freunde zu Feinden werden! Ich kann nur unter Druck nicht! Boah! Mein Tor geht da voll! Ja! Super! Ich war's nicht! Ich war's! Ey was mach ich denn da? Neuuun! Oh ich hab noch den längsten gelebt! Wir sind alle raus! Come on! Digga gewinnen! Digga ist übrigens Erster! Oh ne Biene! Oh ne Biene! Nummer 6! Der kriegt jetzt erstmal! Neuuun! Ich glaub ich bin raus! Ich bin auch raus! Ja! Ich bin auch raus! Ja! Wir brauchen nur noch 5 Punkte! Wir brauchen nur noch 5 Punkte! Halt durch! Ja! Halt durch! Ja! Fick hat trotzdem gewonnen! Ja es geht um die Kill-Punkte! Nicht um den ersten Platz! Wir sind ja nicht mehr bei Überlebender! Wir machen doch Punkte insgesamt! Jetzt hab ich Toki schon runtergeschluckt! Ja ich war's nicht! Nein! Ich auch nicht! Oh! Schneck! Ne doch nicht! Frisch hab ich zerdückt! Ne! Ich bin schon raus! Ne! Oh! Oh Eifer macht's! Oh Junge! Der hat richtig viele Kills! Der darf glaub ich nur einen Kill haben! Dann hat er gewonnen! Knallt Eifer weg! Jawohl! Ja! Und er gewöhnt! Unglaublich! Auf dem falschen Polis!